Oh ja, Stein, das ist nicht wirklich das Problem. Also selbst wenn das jetzt so dramatisch runtergeht, wie es jetzt runtergegangen ist, von 39.000 auf 8.000, einfach die hier kurz umstellen und dann ist gut. Also nicht wirklich ein Problem. Was jetzt ein Problem ist, ist das mit dem Boiler, mit dem Zinn. Bräuchten die MK3 Boiler, wo auch immer die jetzt wieder zu finden sind, da. Die brauchen auch die MK2 Boiler, die brauchen dann Blei. Das heißt, was ich eigentlich machen sollte, ist meine komischen Schmetterlinge verteilen. Und zwar auf Zinn, Blei, Zink und allem anderen, was so innerhalb unserer Basis abzugreifen ist. Achso, wow, bitte. Ich hätte gerne mehr Rote Chips. Ich hätte gerne 200 Rote Chips, 200 Grüne Chips, damit ich nicht immer so knausern muss. Hier habe ich schon überlegt. Ja, also knausern ist doof. Noch da Licht. Meck, meck. Ihr könntet irgendein Tinnenfeld verstecken. Doofen Bäume. Ich wollte gerade fragen, was ist das da eigentlich für ein komischer Boden? Aber das ist das Brackwasser, wo wir unser Wasser rausziehen für die Steam Engines. Sieht echt... Ja. Eklig aus. Weg, weg. Weg, weg. Da wäre Öl. Aber Öl, äh, geht momentan schon so ganz gut. Licht, Licht, Licht. Bäume weg. Weg. Hier versteckt sich bestimmt irgendwas. Laut Garte Öl. Das da wird Stein sein. Was ist das da? Alles weg. Ups. Irgendwo ist hier irgendwas. Weiter nach rechts oben. Da. Stein. Es ist... Wenn das Stein ist, was ist denn das da? Eisen. Das wird Tungsten sein, richtig? Schwarz? Schwarz soll Tungsten sein. Das ist wenigstens ansatzweise sinnvoll. Hier. Ne. Schwarz ist Kohle. Wieder Stein. Wird das... Oh. Was ist denn einer? Zweierfeldeisen. Ernsthaft? Ne. Zweierfeldeisen. Da ist wieder Kohle. Scheint echt so, als wenn sie momentan eher vor der Basis rumtummeln. Da hätten wir, glaube ich, Silber und Gold. Aber das brauche ich noch gar nicht. Deswegen will ich es auch nicht wirklich abbauen. Bauen wir mal ein paar mehr Giftkapseln. Im Nordwesten war definitiv so ziemlich alle... Was ist hier los? Da habe ich es auch gesehen. Teil der... Oh. Ja. Ich habe einen Teil des Fließbahnes zerstört. Bau schnell. Die da. 25. Gib mir die da. Brech das ab. Bau das neu. Setz das da hin. Kann ja nicht sein, dass wir irgendwas kappen. Es geht gar nicht. Genau. Also im Nordwesten war auf jeden Fall alles. Aber da hat sich gerade eine neue Basis aufgetan. Und da würde ich jetzt ungerne direkt was abbauen. Hier haben wir noch gar keine neuen Türme. Das ist nicht so schön. Da wäre Ardite. Für die Lücke. Altemau weg. Und ja, hier unten. Ne, doch. Ist doch okay. Lasertürme. Da haben wir keine Lasertürme dabei. Ja, aber hier die Fälder-Laser-Türme. Dann Platz frei. Und dann Mauer. Ist okay. Das will er nicht. Das muss ich also von der Hand machen. So. Hier bitte einmal Kahlschlag. Soweit du es halt kannst. Können wir gleich erweitern. Bau mal bitte einen alten Roboport. Und 45 Rootchips vorher. Ja, das macht hier keinen Sinn. Ne. Müssen wir uns mit dem Roboport erweitern, bevor wir hier weiter bauen. Die hier können wir eigentlich alle weg machen, richtig? Ne, ich sollte vorher eigentlich hier das Ganze. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ich mache jetzt mal Raubbau. Ich nehme jetzt ein MK3-Drill. Ne, komm. Also bald. Bald mache ich hier Raubbau. Und zwar mit mehreren MK3-Drills oder sogar im MK4-Drill, wenn wir den irgendwann mal haben. Und dann sauge ich das Feld hier komplett leer, schmeiße es in irgendeine Kiste. Das Feld komplett leer, schmeiße es in wahrscheinlich mehrere Kisten. Mehrere große Kisten. Dann reiße ich das hier unten alles ab. Damit wir nicht ganz so viel Fläche zum Verteidigen haben. Ja. Da ist auch nur wieder Kristalle. Oh, hier hätten wir was für unsere Schmetterlinge. Das Ardite und das Dingens. Ja, mach mal. Wobei wir hier nicht mal irgendwas anderes aufbauen müssen. Hier können wir einfach das ganz normale Stromnetz nutzen. Also da und da und tut das mal halt in so eine große Eisenkiste. Bricht das mal ab. Baut das nochmal. Flupp. Und Strom. Kommt von hier hinten irgendwo. Tö, 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 tö. So. Und ihr kriegt Speed Module. Zack, zack. Go, go. Dann hätten wir gerne hier das Ganze auch nochmal. So, du kannst ruhig ein Feld weiter runter. Da. Damit ihr in dieselbe Kiste schieben könnt. So. Wobei ich daraus... Ach, können wir das mal später. Ja, Kobold Ardite hätten wir dann schon mal. Rest, wie gesagt, sobald ich hier die ganz tollen Drills habe. Weil mit MK1 Drills so ein Feld leersaugen, das dauert viel zu lange. Das lasse ich lieber. War hier noch irgendwo Blei zwischen? Nein. Oh, die Powerarmor ist gleich fertig. Wie schaut's aus? Äh. Nicht sehr vielversprechend. Du bist gerade mit Blei beschäftigt, ha? Zeig mir mal die Kiste. Ja, das waren irgendwie... Keine Ahnung, tausend Tungsten oder so. Hat er natürlich alles zuerst gemacht. Schnapp' ich mir mal. Die da sind jetzt wichtig, weil die Powerarmor ist bald da. Ja. Das mit der Tungstenmauer, das klingt gar nicht mehr so schlecht. Also die letzte Mauer-Schicht. Gerade hier im Westen. Dass man die aus Tungsten dann macht. Vielleicht. Und bricht das mal ab und lasst dir erstmal Rotschips zuflößen. Inventar sieht ein bisschen voll aus. Aber ist halt so. Geh mal kurz zu den Engines hier. Schmeiß die Alten da rein. Genau, ganz viele Rotschips. Was sagen die Vorräte? Kupfer und Eisen hält sich. Draht hält sich auch. Stahl auch. Grünchips sind auf 1300. Und ich sehe immer noch keine roten Chips. Das ist schade. Also ja, ich persönlich verbrauche es ja auch gerade recht heftig. Aber trotzdem. Roboter. Oh, Roboter sind alle ausgelastet. Hm. Wir hätten jetzt ein paar blaue Chips. Um die besseren Roboter zu bauen. Das wäre... Ähm. Ach, die kann ich schon bauen. Ne, müsste ich noch erforschen. Logistik Robots 1. Die da. Ja. Ah, das ist wieder so ein dreimal Ding. Aber es sind nur dreimal 250 und nicht dreimal 1000. Das ging ja schon fast. Dann könnte ich die hier bauen. Die wären schweineteuer wie in den blauen Chips. Aber wären schneller, hätten größeren internen Speicher, können mehr tragen und, und, und. Müsste ich mir gleich mal überlegen. Ja. Genau. Geh runter zu dem Schmelzofen. Und schnapp dir das Ganze an A3 und was da rauskommt. Genau, du arbeitest schon schnell. Das hüpft gut hoch. Das kommt noch dazu. Was braucht man noch? Genau, die Speedmodule und die ganze Module. Äh, da sollte ich die jetzt mal kurz umstellen. Die da. Du nimmst bitte nur die Dreiermodule raus, wenn weniger als 10. Naja, komm, wir sind schon ein bisschen dekadent, ne? 20. 20 davon. Und du nimmst bitte die nur raus, wenn im System weniger als 20 hiervon. Dann hätte ich jetzt ganz gerne nur 30 davon, weil ich brauche auch nur 30 davon. Und du hättest ganz gerne so seid ihr da auch 30 davon. Dann mach ihr dicht, damit ihr nicht wieder so viele Ressourcen jetzt verheizt. So, also. Ich hab Dunsten, ich hab Ardite, ich hab Kobalt, ich hab die Module. 150 Schittin. Mist. Ähm. Ich hab, glaube ich, aus dem Schittin Mauern gemacht. Hoffen wir mal, dass hier inzwischen genug, wie sie sich angesammelt hat. Aber das ist halt nur eine Art von Gegner, die zerlegt wird. Ja, kein Schittin da. Ähm. Berserker-Beiter? Also Berserker-Spitter. Stell dich mal um auf Berserker. Nicht Berserker-Spitter, sondern Berserker-Beiter. Und mach schneller. Oh, ich hab hier... Da, hau rein. Ich muss mir jetzt zwei neue holen. Wusel, 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 wusel. Da. Gib mir... Ach, was soll's? Gib mir einfach alle davon. Alle davon. Und dann baut ihr die durchgehend. Ist okay. Also bis wieder 20 da sind. Äh. Vierer-Block, den wir normalerweise haben. So. Ich brauch viel mehr Kisten. Du, du, du. Bau bitte. Eins, zwei, drei, vier. Da. So noch ein bisschen hin und her. So. Und erstmal nur die leichten Sachen. Also, ich hätte gerne... Äh. Small-Beiter. Ich hätte gerne Smalls... Bitter. Also Small-Small. Dann hätte ich gerne... Medium... Puh. Ich sehe hier nichts. Doch da. Medium-Beiter. Und Mediums... Bitter. Also Small-Small. Medium-Medium. Die brauchen alle Wasser. Das... Ähm. Da wäre Wasser. Da wäre auch Wasser. Schnapp dir mal von da Wasser. Bring das nach... Da. Nehmen wir ein paar Rohre. Ein paar davon. So. So braucht ihr jetzt gerade für. So. Äh. Und dann geht das hier runter nach... Oh. Just... Genau. Hau das einfach weg. Jetzt müssen wir davon hier kommen lassen. Ja, okay. Dann gehe ich hier nochmal runter. Weißt du kannst das gleich so so machen. Dann kommst du hier raus. Gehst hier runter. Und dann geht das hier, hier. So. Wir brauchen noch viel mehr von den runtergehenden Dingern. Du. Bau davon welche. So. Du gehst hier runter. Da runter. Da runter. Dass man hier noch durchlaufen kann. Dann gehst du hier wieder hoch. Da wieder runter. Da wieder hoch. Was man überall durchlaufen kann. Dann. Dahin. Dahin. So. Jetzt muss ich mich nicht durcheinander bringen lassen. Also Small Biter Corpses. Hättest du jetzt ganz gerne. Hier ist das schön geordnet. Bei dem anderen war es eben komisch. Small Biter Corpses. 50 Stück. Rein. Raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Rein. Raus. Kiste. Kiste. Du hättest gerne Small Spitter Corpses. Direkt daneben. Alles gut. Und du hättest gerne Medium Biter. Medium Biter. Du hättest gerne Medium Spitter. So. Und jetzt fehlt noch ein bisschen was hier mit Wasser. Und dann sollte da eigentlich alles okay sein. Also nicht aus aktuellem Anlass. Alles gut aus. Ist aktuell im Anlass. Alles Schnee. Weil ich brauche Schiedin. Soll nicht daran mangeln, dass wir nicht genug Leichen zerlegt haben, wenn wir unsere MK3-Rüstung bekommen. Oder dass wir unsere MK3-Rüstung bekommen. Du. Raus. Hier rein. Dann machen wir gleich nochmal Vierer-Fabriken aus euch. Und dann passt das. Drei einmal nicht. Da. Hier da mit. Ja, da mit. Hier da. Hier mit. Zonk, 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 zonk. Was ist das Speed Limit? Energy Consumption plus 150. Crafting Speed plus 100. Ähm. Plus 200. Oh. Okay. Du. Smokier mal alles hier zu und verbrauch unseren ganzen Strom. Ist okay. Glaube ich. Ja. Ist okay. Ist okay. So, Schettin kommt rein. Ich brauche allerdings 150 davon. Ich weiß nicht, ob die Leichen da ausreichen. Hm. Nicht wirklich. Ich habe nicht genug Leichen aufgesammelt. Okay. Wir hätten jetzt vielleicht mehr Leichen von den Big Dingern. Nö. Es liegt alles noch irgendwo rum. Und müllt mir den Speicherstand zu. Weil hier jeder Gegenstand liegen bleibt. Äh. Da sind 50. Wie viel haben wir jetzt? 74. Äh. Gib mir bitte. Braucht kein Blei mehr. Gib mir bitte Schettin. Alles was da ist. Wie viel brauchen wir? 150. Sonst gehe ich gleich töten. Einfach so irgendeine Basis anschießen. Gucken was rauskommt. Und dann mit den Türmen zusammen das klein machen. Ja. Dann sollte ich vielleicht vorher noch ein paar Tür... Werden angegriffen. Da werden wir angegriffen. Das... Oh. Da ist auch noch eine neue Basis. Ja. Äh. Gib mir das da. Was? Ein. Du. Nimm. Okay. Go, go, go. Da unten ist noch gar nichts. Das sind nur die stinknormalen Lasertürme. Aber... Die Mauer, die wir mal einfach so in der Wildnis gebaut haben... ...leistet ihre Arbeit. Äh. Mach hinter mir bitte wieder zu. Ich wünsche mir immer noch, es gebe inzwischen Sandtore. Ey. Du. Bleib. Okay. Türme. Für einen so ein Pickbiter ist es okay. Was bist du da hinten? Ähm. Du bist ein Pickspitter und du spuckst die Mauer an. Guck mal, so geht das. Umsches Ding. Mach die Mauer hier wieder zu. Ups. Wo ist das? Ist der durchgekommen, der andere? Ha. Aber ja. Hat genau das gemacht, was er sollte. Die Gegner aufgehalten, bis wir angekommen sind. Und dann... Ist gut. Kostet fast nichts. Super Warnung. Äh. Die Dinger hier nehme ich mal lieber kurz mit. Die kosten ja doch ein paar rote Chips. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass die kaputt gehen. So, 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 so. Dann würde ich ganz gerne wieder rein. Das wieder zu. Dann hole ich jetzt die... Die normalen Laser-Turrets, damit wir hier überall so ein kleines Set hinbauen können. Damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Und nach und nach versuchen wir dann überall die Topaz-Türme hinzustellen. Hier im Westen. Osten nähert sich auch langsam der Basis da. Aber ich denke, das reicht. Im Notfall machen wir im Osten wieder ein bisschen Öko. Und dann passt das schon. Einmal durch das Gewusel hier durch. Da geht mir die da ab. Ich hätte gerne die Türme. So, ich hätte gerne ein paar Stahlzahnräder. Hier. Unnötig. Da. Das ist okay, das ist okay.